Wenn ich mich in solche Gedanken reinsteiger, dann hätte ich auch Schiss vor so einer Situation. Vielleicht solltest du einfach mal aufhören, alles so zu zerdenken. Du willst doch nur Aufmerksamkeit. Klassiker. Du stellst dich aber auch mal wieder an. So schlimm ist das ja gar nicht. Ich finde den Spruch lustig, weil ich finde, der kommt immer nah. Er reißt dich doch einfach zusammen.